einen wunderschönen guten morgen dienstag was für eine kalte nacht war heute ich habe die heizung anmachen müssen gestern abend schon weil es wurde unter 15 grad kalt im wohnmobil habe ich so auf 17 grad ist unsere schlaftemperatur eigentlich angeheizt heute morgen tue ich immer so ein tic hochstelle auf 18 grad wir stehen ja hier an der arena noch in astorga habt ihr im letzten video gesehen das ist jetzt im gegenlicht und irgendwie kann ich es mir nicht nehmen lassen da mal mit der drohne rein zu fliegen ich finde ja toll dass es keine stierkämpfe mehr gibt wo blut fließt fand ich schrecklich überlegt mal ja was sie da getrieben haben in armen tieren aber es interessiert mich jetzt doch jetzt muss ich rein fliegen willkommen bei diesem video hallo ich bin marcus meinschein zusammen mit meiner frau annette reisen wir seitdem wir zusammen sind mein beruf hat es uns ermöglicht die welt kennen zu lernen die wir auch mit unseren beiden kindern intensiv bereist haben seitdem unser mini labrador mali bei uns ist erkunden wir europa mit dem reisemobil mit tesla sind noch mal eine begeisterung für die investitionen in aktien und die e-mobilität hinzugekommen das alles um wohin unsere reise mit unserem vierten reisemobil geht das zeige ich in meinen videos du darfst mit dabei sein wenn du diesen kanal abonnierst viel spaß so 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 heute geht es weiter nach leon habe ich mir rausgesucht da gibt es zwei stellplätze einer ist ziemlich nah an der stadt und sieht auch so aus als könnten wir mit dem gespannt dort parken den werden wir auf jeden fall mal anfangen gucken ob das so funktioniert und wenn es schön ist und wenn wir uns da wohl fühlen dann werden wir parken und dort unseren mit morgenspaziergang machen das ist gerade so mal eine stunde weg von hier maximal müssen auch noch tanken und von dort entweder bleiben wir über nacht dort das könnte durchaus passieren oder wir fahren dann doch an die küste hoch das sind dann noch mal so 150 Kilometer schauen wir mal gut in der dashcam habt ihr es ja gesehen die anfahrt hier in leon auf dem stellplatz der jetzt direkt hier also 500 400 meter liegt der war schon gut besetzt auch wenn er leer gewesen wäre werden von der länge unangehängt auch schwer drauf gepasst deshalb haben wir uns jetzt hier in einem neuen gewerbegebiet längs der straße hingestellt das passt wunderbar vorne waren acht tonnen schild also das sind wir auch deklatoren ist hier da vorne ist der aldi die kathedrale ist in einem kilo 1,4 kilometer und ich denke mal dass das hier gut geht sondern scheint mir ist in bester laune mal hier auch noch weil sie weiß noch nicht dass sie das brustgeschirr anbekommt das wird sich gleich ändern sie will es loswerden sie will das brustgeschirr loswerden aber jetzt bleibt einfach dran bye bye ja ich hoffe und noch mal noch mal eine runde die pilgerin hier bist du hergepilgert so lässt sich es gut herpilgert jetzt brauchen die pilger was zu essen hier in dem laden habe ich Schinken gekauft haben wir über die hälfte weg gegessen gell, Mari? also leute das ist ich normalerweise fülle mich keine kartoffel fangkuchen aber der hier ist so richtig saftig schmeckt ja und jetzt kommt noch mal Wermut weil aus den kleinen Sektkelchen hier da ist eigentlich viel drin ich habe das Wurst und Schinken gekauft hier unser nachtisch ganz bescheiden sind ja nur sechs stangen fäden drei ja mal gucken vielleicht ja ist halt so und du für dich geht es aber jetzt gar nicht weiter hier, Mali so wir sind gestärkt und wir haben 14 Uhr und hier haben jetzt die Leute die Siesta eingeläutet hier ist jetzt nichts mehr los sehen Sie so, die Pilger sind abgepilgert und wir pilgern zurück zum Wohnmobil jetzt laufen wir hier erstmal noch am Rathaus vorbei schaut mal, das ist richtig schön alter Platz hier so, was für eine Pracht ein paar Touristen verehren sich hier noch dann noch ein Pilger, eine Pilgerin wir laufen jetzt einfach mal in diese eine Ecke hier rein und hoffen, dass es da weiter geht irgendwie wir kommen am Platz von der Kathedrale raus bloß schon am unteren Ende los das ist wir gehen us los Untertitelung. BR 2018 You hold on to me like I'm already gone And whisper your words like secrets written in an old mole skin And look up above, the sunlight seems like it is gonna break in And something ain't right Yeah, something ain't right Oh, something ain't right Something ain't right You straighten my shirt Wearing the skirt that my mother gave to you I come up behind you And kiss on the side of your neck a few And turn off the lights The stars in the sky are turning so clear And without the words, the feelings unheard Can still be just as sincere But something's not right Something ain't right So, we're here in Riba de Sela 200 km through the mountains Wunderschöne Fahrt Ich hab's, ihr habt's ja gesehen Ich hab die wichtigsten, schönsten Bilder eingeblendet Eine ganz andere Bergwelt Richtig toll Zwischenzeitlich waren's mal 26 Grad Weiß auch nicht warum Hier sind's jetzt noch 20 Und ich zeig euch gleich mal mit der Drohne Wie's von oben aussieht Weil wir haben jetzt hier so ein bisschen diffuses Licht Und ein bisschen beinahe untergehende Sonne Durch die Zeitumstellung Ich hab keine Ahnung mehr, was wir eigentlich hier haben Der Hund guckt mich schon hungrig an Aber eigentlich kann es noch nicht sein Ich hab keine Ahnung mehr, was wir hier haben Und ich hab keine Ahnung mehr, was wir hier haben Der Platz hier ist wie für uns gemacht, da seht ihr nochmal Riva de Sella, wir können hier gerade dran parken, stehen auch auf der Markierung mit den Rädern. Hier ist eine befahrene Straße, aber ich denke mal nachts ist das okay. Hier ist die Pferdentsorgung und der Anhänger darf angehängt bleiben und hätte auch nochmal fünf Meter länger sein können, weil erst da wo sich die Belagfarbe ändert, da ist die Straße. Das ist auch keine Straße, das ist nur so. Die meisten fahren hier hoch auf den Parkplatz, also es sind eins, zwei, drei, vier, fünf Plätze. Es steht im Park von Neid, dass man auf dem unteren Parkplatz auch parken kann. Ginge theoretisch, da müssten wir allerdings nur halb so hoch sein, weil da ist eine Durchfahrtsbeschränkung. Zwei Meter Durchfahrtsbeschränkung, sonst wäre es da auch ganz cool. Aber wir haben ja Platz hier und wir werden dann bestimmt eine Nacht bleiben. Ich glaube nicht. Eine zweite werden wir sehen. Wir werden das Quad rausholen, aber erst morgen, dass wir das hier über Nacht nicht irgendwo rumparken haben, weil wir haben es eh schon spät, wir haben viel gemacht heute. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. heißen. Ihr wisst ja, wir haben Ende des Quartals, da gibt es für mich immer mal ein bisschen mehr Arbeit. Gut. Wir beenden dieses Video mit ein paar Abendaufnahmen hier von diesem Ort, weil wir werden heute Abend nochmal durchlaufen und werde dann jetzt an dieser Stelle alles nochmal einblenden. Morgen ist ein neuer Tag und ein neues Video. Dann haben wir schon wieder Mittwoch, aber jetzt sind wir erstmal hier fertig mit diesem Video. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.